nächster kleiner farmhack ein lasten fahrrad das ist super praktisch nicht immer im auto alles durch die gegend schleppen bei uns die hallen sind sehr groß wenn wir mal eben irgendwo was brauchen wir können ja nicht in zig hallen überall absolut über luftanschlüsse haben eben einen kleinen kompressor drauf irgendwelche ersatzteile irgendwie sonst was euro stapelboxen sind auch sehr praktisch eben drauf sagen mitnehmen fertig ja das mit dem lasten fahrrad macht natürlich nur da sind wo die betriebsflächen groß sind die entfernung und das eben ist wo man fahren kann so was wir dann machen wir haben überall diese euro stapel boxen die nutzen wir für das komplette lager die kosten normalerweise neu über zwölf euro das stück die kann man mal gebraucht aus so firmenauflösung kriegen da ich damals für drei euro stück über 100 von gekauft gibt es in der größe gibt es auch in halb so hoch und dann haben wir das so wir haben die hier im lager alles beschriftet was im jeweiligen regal drin ist und dann haben wir diese kisten wenn wir irgendwo irgendwie was brauchen können wir problemlos bis zu vier teile davon vorn auf das lasten fahrrad drauf das total praktisch man hat endlich alles organisiert alles durch beschriftet vor allem weil wir haben ja sehr sehr häufig erntehilfen praktikanten etc die finden sie dadurch natürlich wesentlich leichter zurecht weil man den einfach sagen kann hier das und das zweite regal und rest ist beschriftet suche mal raus